Hallo und herzlich willkommen zu Game Races, was weiß ich schon welches, also die Zahl... Part 4, oder? 4. Ne, ne, es gibt ja noch ein Haufen Dinge, ich schieb die gerade so ein, wie ich gerade lustig bin, soll ja nicht im Endeffekt mit den anderen da kommen. Achso, achso, genau, das ist sehr schlau von dir. Zahl kann man lesen, steht dann oben. Wir haben heute Yoshi's Island. Ja, ganz genau, ich habe einen lustigen Vorteil, weil ich das schon vor 8, 6, 7, keine Ahnung was, Jahren gespielt habe und er hat es scheinbar noch nie so richtig gespielt. Dieses Spiel habe ich noch nie mit dem gespielt, nur mal kurz eingetestet vorhin. Ich denke, ich bekomme es hoffentlich halbwegs gut hin. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekomme, zumindest. Es geht voll da was ab. Oh, die Strafen, da sagt er mal meine, ich deine. Ja, wir fangen erstmal an, was wir machen. Also, wir werden dieses Spiel jetzt gleich starten, dann kommt die Anfangssequenz und dann geht es eine erste Welt. Ich denke, da gibt es am Ende so einen ersten Boss halt und dann besiegen wir ihn. Wenn die erste Welt vorbei ist, hat man gewonnen. Weiter geht es dann nicht. Ganz genau. Und weiter? Ich habe keine Ahnung, was er für einen Boss kommt, der hat noch nie gemacht. Ich schon. Super. Ich hätte es aber schon gut gemacht. Also, diesmal gibt es individuelle Strafen. Wenn er verliert, dann muss er kein Zuberein 64, 30 Minuten lang spielen, muss ein Video dazu machen, muss das auf YouTube hochladen, muss dazu quatschen. Ja, genau. Also sowas wie Let's Play. Sag einfach Let's Play. Ich muss Let's Play machen. Ja, muss das Play zu können, ich mache 45 Minuten in einer Part. Also, wird hier wieder verlinkt. Und wenn ich verliere, dann muss ich 30 Minuten lang was spielen? Mario's Early Years. Ein Lernspiel. Also, Spaß pur, ich will es nicht. Du wirst es auch machen, komm. Das ist in diesem Fall sogar mal eine richtig, ich sag mal, eine richtig harte Sache, weil ich darauf so null Bock habe. Das ist sogar riskant, jetzt teilzunehmen. Sofern werden wir sehen, was da jetzt kommt. Also, lang geredet, guter Sinn, wir fangen am besten gleich an. Ja, ja. So, drei, zwei, eins, go. Oh Gott, okay, ich bin bereit. Gut, ich auch. Jetzt einfach Button-Mashing hier. Ja, das bringt, glaube ich, wenig in den Start-Credit, oder? Ich hab was drauf. Es bringt nichts. Ich drück auch gerade auf. Doch, stimmt. Es bringt nichts. Ich drück auch den Sprung-Knopf. Doch, ich muss ja was drücken, shit. Ha. Es kommt Text. Es ist ja schneller, als ich, weil ich Text drücken muss. Haha, ich bin gut. Für die, was interessiert euch das Island? Mario und Luigi werden als Kinder irgendwie mit einem Super-Duper-Express von Vögel weggeflogen und werden dann von Kamek entführt, okay? Ja, genau. Genau so. Ungefähr. Und jetzt wollen die halt jetzt... Nur, dass Luigi wird entführt und Mario fällt runter. Genau, und jetzt wollen sie mit Mario... Und überlebt, weil er Superkräfte hat. Ja, irgendwie ist was halt. Okay, das ist jetzt los. Jetzt geht's los, steht bei mir. Ja, das steht auch hier. Oh, verdammt, das wird schwierig werden. Verdammt. Nicht so viel Tag, ich will durch, echt einfach. Ich renne einfach mal. Lass es jetzt einfach. Ich ebenfalls. Oh, das ist bei mir ziemlich flüssig gerade. Perfekt. Was, was, was? Böse, 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 mein Gott. Okay, weil... Level 1. Ja, ich komme auch gerade rein. Das ist echt schön. Das heißt, Schoko-Hügel. Wow, also... Echt, sehr kreativ. Schau, ich glaube, ich muss einsaugen. Du musst nichts einsaugen. Ich muss gegen einsammeln. Musst du nicht. Ich glaube, ich brauche es später. Nein, ich bin gefressen worden. Nein! Das ist so schwer. Lass mich los. Ich muss ein kleines Kind befreien. Gefällt mir, echt. Das ist so schwer. Das ist es nicht. Kann man irgendwo Energie aufladen? Energie aufladen, die lädt sich automatisch auf. Oh, mein ich gerade. Gut, 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 gut. So, werfen. Was bringt das? Eine Pflanze? Okay. Los, geh hoch. Okay, okay. Gut, 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 gut. Oh Gott, ich kann was rollen. Okay, rollen wir jetzt. Wow, Profi. Also, ich bin der Führer. Ich habe Level 1 geschafft. Ich auch gerade. Ja, Ziel. Oh, das ist schwer. Jetzt dauert es ewig hin, bis es fertig ist hier. Das ist sowieso bei Mario World, ey. Echt, findest du? Ja, das ist von Schwierigkeitsgrad her, meine ich jetzt. Ja, noch. Das ist noch schwerer sogar. So, Level 2 bin ich jetzt. Wow, ich habe 10 Sterne-Punkte. Ist mir hier Level 2? Ich noch nicht. Oder Yoshi, mach schnell. Bombola. Da ist ein Ketten-Lab gebildet. Das ist nicht gut, ne? Ne, das ist keinem Schisschen gut. Wow. Das freut mich so kein bisschen. Einfach durchrennen. Ja, ich kann nicht. Einfach einfach durchrennen, ne? Was ist das? Geht weg, ihr Ketten? Und was macht ihr da? Du Scheiße. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist ich. Ah, ist das mit Waypoint? Ja, das ist mit... Genau, wir reden, was das ist. Was ist das? Äh, warte, wie habe ich nochmal zu hoch? Verdammt, nein. Ich wollte dich nicht angreifen. Komm her. Ich habe das Ei noch. Und durch diese komischen Punkte da bekommst du also, du kannst ja den Punkt auch erhöhen. In der komischen Waypoint-Stains, du weißt schon. Okay, okay. Ich bin weitergekommen. Boah, ey. Ich glaube, ich müsste ein LB da zu machen. Das ist ja super interessant. Ja, wirklich. Ah, Mann. Ich bin so schlecht da drin. Ich nicht. Ich rush einfach durch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Mario's Early Years. Lebe ich noch? Oh, ich lebe nur. Das ist kein Testboden. Okay, das ist gut. Nein, ich werde das nicht verlieren. Bist du wohl? Da bin ich mir sehr sicher momentan. Oh mein Gott, nein. Da geht's nicht hoch. Boah. Das ist schlecht. Okay, Level 2 geschafft. Nein, das ist nicht fair. Ich kenne das ja alles gar nicht. Soll ich das schon schaffen können? Das war deine Idee. Meine Idee? Ja. Echt? Du hast es vorgeschlagen. Meine Güte. Mit Waypoint? Wow. Nee. Oh, da bist du schon mit Waypoint. Nein, die Güte. Das ist so schwer. Vor allem Helikopter? Ja, da bist du erst. Wow. Also, das Spiel ist komisch. Weiß nicht, das sind komische Dinge, die durchdrund fliegen. Irgendwie ist es einfach. Es ist Yoshi, das Helikopter. Ganz normal. So was sieht man nicht jeden Tag. Wow, also, es läuft nicht allzu flüssig. Es ist ziemlich interessant hier. Wie fair lasse ich denn hin? Wie kommt der wieder? Einfach gegen diesen komischen Balken fliegen. Gegen diesen fetten Yoshi-Punkt da. Was? Was hättest du mir sagen können? Jetzt muss ich schon wieder hinter dir jetzt hinfliegen. Oh Mann. Sauunfell. Du bist doch schon verkotzt. Keine Schuld, deine Schuld. Deine Idee, deine Idee. Dieses Spiel ist verkotzt. Nur weil du verlierst. Und dann Marius ehrlich hier spielen musst. Nein, jetzt ist er nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung über das Spiel. Es ist ein guter Spiel. Ich will deine gleiche Bedingungen. Bleib stehen. Nein. Wie sollte ich? Geschafft. Oh Gott. Ach, du bist du mir schon durch im zweiten Level? Ja. Wow, du Profi. Bonus-Spiel? Ich will kein Bonus-Spiel. Ach, du bist ein Boah. Schlecht. Das ist noch ein bisschen zeitraubend. Ja, super. Finde ich gut. Und 31 Punkte, wow. Wow. Toll. Ich will kein Bonus-Spiel. Ich drücke irgendwas, ich drüber irgendwas. Vielleicht passiert dann was. Ja genau, das will ich haben. Einfach so, weil es falsch ist. Was für komisch Bonus-Spiel ist das denn? Ja, von mir aus mach schneller. Es gefällt mir, du klingst echt begeistert gerade. Biss ja kein Bonus-Spiel. Okay, ich bin jetzt in Level 5 gleich. Ich bin jetzt gleich in Level 4. Ich habe Bonus-Spiel. Da hat das so lange. Ja. Okay, wir landen es 3. In die Bonus-Spiel bekommst du nur, wenn du diese komischen Blumen einsammelst. Die will ich ja gar nicht. Die habe ich nicht eingesammelt. Oh, ich bin schon gleich 1, 4 bin ich jetzt. Wer weiß, vielleicht passt es doch nicht noch. Ja. Ja. Ja, stimmt. Ist ja witzig, du warst so schlecht. Das war kein Witzig, das war mir voller Ernst. Äh, ja. Ich glaube doch an dich. Hier rollen Felsen rum, was soll denn das? Das schlimmste ist, es ist keine Zeit zum Herauskundschaften. Ich muss hier durchrennen einfach. Ja, Level. Wie geht es zur Hölle? Was? Fussel? Greif mich an. Hä? Wie steht das Spiel nicht? Meine Güte, was ist das Spiel? Die Fussel greift mich an. Die Fussel? Achso, das ist... Da ist, damit diese Sporen oder so sein sollen. Ja, diese Dinge da. Die Fussel halt. Die sind süß. Oh nein, Blumen. Geht weg. Ja, Ziel. Echt? Geht weg. Ich habe es durch geschafft. Oho. Kommt ein Level, find ich so eine Art of the trade, Boss? Ja, wirklich. Ist das so? Was ist denn das? Das ist lustig, das ist einfach. Was ist denn das für ein Ding? Das ist ein fetter Typ. Mit Hose. Das gefällt mir nicht. Und das Ziel ist seine Hose auszuziehen. Frag nicht. Es ist einfach, es ist so. Oh Gott. Achso, ich bin doch bereit. Bist du doch da? Hoffe ich doch. Äh, hallo? Nein. Was ist das? Scheiße. Was? Äh. Ja, ich würde gestört. Super. Aber ich könnte weiterspielen. Naja, bis auf kurz. Ich war halt kurz tot. Achso. Deswegen konnte ich kurz nicht weiterspielen. Aber das nimmt sich vielleicht 3 Sekunden. Ich habe auch Pause gemacht kurz. Extra für dich Schatzi. Wow. Okay. Ja. Das Buglevel kriege ich sogar halbwegs gut hin. Nur leider bin ich in der Lava gestorben. Toll, das gefällt mir. Aber ich renne da gerade richtig durch. Also ich bin Profi. Klar. Ja. Ja. Also ich bin gleich beim ersten Boss. Wie jetzt? Also Level 8 oder was? Ne, äh, Level 1, äh, 4. Ja, beim ersten Miniboss. Echt? Ja, wieso? So. Lassen wir ja noch halbwegs gleich auf. Ja. Nein, BB mach ich. Was denn? Der kommt nicht. Lass ihn halt. Kann ich Game Over gehen? Äh, ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Das ist schlecht. Das wäre ja richtig cool. Okay, ich bin bei 1,4 jetzt. Also beim ersten Midway-Pointer. Recht. Och, du bist ein Arschloch, Kind. Was? Bist du das Kind? Baby Mario? Ein Baby Mario, das ist schlimm. Ach, was macht denn der? Ey, der läuft da rum und macht nix. Der ist doch voll liebeswert. Nein, der ist böse. Der ist doch echt cool. Nee, der fällt einfach weg und dann kann ich nix machen. So, mach, 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 der macht der Boss ja nicht, der ist cool. Er ist fett. Äh, ja. Der wird nicht. Oh, er ist tot. Und er wird roh. Er wird roh. Er fliegt durch die Gegend. Platz. Der Vase. Ach, und der Vase ist Schlüssel drin. Ah! Was bist du denn? Ja, was denn? Es ist ein großes böses Fieber, da gerade so ein rotes. Es ist süß, nicht wahr? Es ist böse. Es ist süß. Okay, ich kann es in die Tür hinein. So toll. Was ist es denn hier drin? Da kommen erst mal ein paar Sternenpunkte und dann bist du beim ersten Boss. Ich will nicht in die Tür hinein. Hahaha. Es ist schlimm. Ich habe mich hochgedrückt. Haha. Oh, ein Skrotting Level. Kommt dann nach. Oh, hey mein Herrgott, sag gerade weg. Was? Was? Man muss nach links laufen. Was? Kind, ey. Baby Mario. Also das Schneiden der Aufnahme könnte sehr interessant werden. Wieso? Ja, weil ich ja mittendrin einfach mal gepausiert habe und so weiter, ne? Ja und? Ja. Die Aufnahme auch? Ne, ne, die Aufnahme nicht. Ist du okay? Ja, ja, gut. Ich habe rausgetappt kurz. Das macht ja nichts. Weil ich Angst hatte, dass Steam wieder gecrasht ist. Ach Gott. Ja, wirklich. Das ist irgendwie wieder schlimm. Egal, das bitte ist. Ich bin beim ersten Baubrust hier. Wie funktioniert der? Du musst ihn einfach einfach mit Eiern verwerfen, wenn ich. Oh. Gut, dass ich davon so viele habe. Die werden aus dem Boden gespuckt von der Pflanzelte. Wenn der Gelb-Löchert kann ich ihn angreifen, ne oder? Ne. Ich habe keines mehr erschüttert. Eier, gib mir Eier. Ach, ich mache den Soundtrack echt gerne. Das ist echt schön, dass er schön ist. Ich habe keinen Eier mehr. Ist er das jetzt? Ne, er lebt noch. Warum lebt er noch? Er stirbt. Mann, lass ihn doch mal leben. Er hatte nichts getan. Warum hat er so viel Leben? Ist der erste Boss? Aber er hat eine Hose an. Ja und? Die verleiht er seine Kraft. Ja trotzdem, darf ich nicht so viel Leben haben. Das ist illegal. Der macht doch nicht mehr viel. Der spricht nur rum. Das ist fast so billig wie... Ja, aber schon, aber... Ja, es ist fast so billig wie Mavos-Bosse. Ich bin tot. Ne, doch nicht. Du bist tot? Ne, bin ich nicht. Oh, das ist tot. Das wäre peinlich. Wirst du immer noch Level 5? Ja, ich bin immer noch. Das ist ja ein Scrolling-Level. Das dauert ewig hinten. Gott sei Dank. Wieso? Ne, scheiße. Dann kann ich dir aufholen. Ja genau. Aufholen ist doch nicht. Schlecht. Kann ich nur sterben. Ein Blick schon bei deinem Schicksal entgegen. Marios Early Years. Nein, ich werde mich jetzt damit doch nicht abfinden. Musst du denn? Leider wohl. Nein, werde ich nicht. Was bleibt dir denn daraus übrig? Du wirst das machen müssen. Nein, ich werde das schaffen. Ich werde dich überholen. Natürlich. Wer es glaubt? Wer es glaubt? Ich werde es schaffen. Wer es glaubt? Nein, Textbox. Nein. Oh, dieses Scrolling dauert so Ewigkeiten. Ich liebe diese Musik. Ich mach auch die schön, ne? Was ist passiert? Fast tut. Also ich hab jetzt das Level auch geschafft, das Scrolling Level. Und nein, ich glaube ich bekomme ein Bonus Spiel. Das ist schlecht. Das ist sehr gut. Nein! Bonus Spiel. Scheiße. In einem Stern, dass mich freut es. Was passiert jetzt? Sterne. 30. Du musst etwas ausrubbeln. 69 Punkte. Hab ich. Wow. Okay, äh. Rubbeln. Du kannst 3 Karten frei rubbeln. Scheiße drauf, ey. Das will man sich, oder? Hör auf! Ihr müsst ihr weg. Toll. Oh, schneller. Ich will dich nicht verlieren. Ich will aber gewinnen. Ja. Ich hab schon genug gelitten. Du hast dich gelitten. Doch, ich werde Werder bleiben. Ich werde bleiben. In einem schlechten Fangame und in einem Gesang. Scheiße. Oh, ich hab ein Leben bekommen. Toll. Ist doch gar nichts Schlimmes dabei. Doch, es hat ewig angedauert. Das hat ewig angedauert. Okay. Da ist ein Schalker auf Stelzen. Abgebildet. Und da ist ein GLP-Controller. Auch ein Supernetz-Controller. Das hat mir Angst gemacht. Euro. Geldi. Schmetterlinge. Nein. Nicht sterben. Oh Gott. Kannst ruhig rufen. Alles ist gut. Ich will nicht sterben. Ich will gewinnen. Kann ich ja verstehen. Das ist für ein sinnloser Raum. Wenn ich verliere, muss ich auch spielen, was ich spielen will. Aber ich. Ich auch. Es ist ja in Ordnung. Es ist vertretbar. Pfff. Klappe. Es ist gemein. Es ist nicht vertretbar. Es ist irgendwie rassistisch. Aber es ist vertretbar. Pfff. Es ist irgendwie rassistisch. Ja. Find ich auch. Ist nicht fair. Nee. Ich werde gewinnen. Das weiß ich einfach. Das hab ich Gefühl. Das spüre ich. Weil du schlecht bist. Ich werde es schaffen. Und scrollen im Level. Hör auf damit. Das ist nicht nett. Der auch zu scrollen. Du bist genauso schlecht wie deine Videos. Das weiß ich. Was? Wie der? Wie deine Videos. Das weiß ich. Pfff. Jetzt muss ich gewinnen. Das ist eine. 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 Eine Anfachtung ey. Das war eine Beleidigung hier. Ja. Die Eier springen mit mir. Pff. Toll. Das freut dich. Das freut dich. Das freut dich. Yay. Ich will jetzt gegen ein Bonus Spiel. Ich will keins. Nein. Hahaha. Hast du eins? Nein. Ich will das nicht. Es ist Zeitverschwendung. Finde ich du. Finde ich du. Finde ich du. Finde ich du. Es ist so Zeitverschwendung. Eventuelles Leben. Kannst du vielleicht auch gut gebrauchen. Wirklich. Vielleicht vielleicht. Ich muss es machen. Ich will es nicht machen. Aber kann man das nicht irgendwie skippen. Nein. Mann. Ja du Bonus Spiel. Freu dich. Das ist echt schön. Also ich habe Vorteile gerade. Ja. Ja. Hm 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 hm. Aber noch ist nicht entschieden. Noch eh. Kann ich halt nicht verlieren. Was willst du noch wissen? Nee. Jetzt auch ein Bonus Spiel. Wehe. Bist du in Level 6 fertig jetzt schon? Ja. Nein. Schneller. Ich muss an mich ran halten. Stelzen Guy. Stelzen Guy. Stelzen Guy. Stelzen Guy. Ja komm. Ich muss den. Den Kerl das kann schon schaffen. Ich muss zeigen dass ich schnell lernfähig bin. Aha. Und jetzt haben wir das letzte Level hier. Das ist Level 1,7. Ich schaff das. Ich schaff das. Nein 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 nein. Und das Level. Das ist mit Weed. Das ist mit Drogen. Was? Das Level hat mit Drogen zu tun. Lustiges Sporendrama heißt das. Das sind Drogen die machen ja besoffen. Oder sowas. Okay. Was macht der Emulator da? Der Emulator. Boah. Was macht der Emulator da? Der war gerade richtig rum. Oh nein. Was ist das? Komm her du deines dues Kind. Okay. Meine Aufnahme könnte jetzt echt mal etwas unschön aussehen. Wieso? Keine Ahnung. Der Emulator wackelt komischerweise. Ich bin in der dunklen Höhle. Warum bin ich hier in dunklen Höhlen? Was? Das sind die Gegner aus Fear Mario. Die sind. Scheiß drauf. Doch das sind Lichtgast. Die kommen aus Fear Mario. Das Level. Das Level wackelt einfach. Es wackelt einfach. Ohne Grund. Schlechte Emulator. Schlechte Emulator. Schlechte Emulator. Schlechte Emulator. Jetzt ist hier noch mehr. Ach du Scheiße. Mittlerweile Point. Das heißt ich kann noch gewinnen. Jetzt komm ich mal vollkommen. Besoffenheit. Uah. Weed. Oh. Ich sammle immer mehr Weed ein. Bei mir ist hier auch hier gerade vollkommen besoffen. Schlaf Attack. Hopp. Ist hier alles bunt und verschwommen. Gut. Weiter gehts. Das Level ist so lang. Nein. Komm her kleines Kind. Komm her. Komm her kleines Kind. Komm her. Keine Angst. Du musst nicht weinen. Ich bin ja bei dir. Weitere. Das hier muss man weinen. Was hat meine Emulator. Das ist schlimm. Das ist mein Emu. Backt rum. Das ist sehr gut. Nein. Das verwirrt mich. Es freut mich. Das ist nicht. Das ist nicht ansehlich. Nein. 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 Wieso muss jetzt so eine bedepperte Pflanze kommen? Das heißt, ich muss wieder Zeit verschwenden. Pfff. Oh Mann. Ich will nicht. Bonus Spiel. Halt ihn auf. Ja, der ist vorbei. Gut, 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 gut. Der ist vorbei. Ich kann Karten frei rubbeln. Das sammelt doch die Blumen. Sorry. Ich habe einige sammelt aus Versehen. Toll. Ich habe ein Leben. Ich habe zwei Leben. Juhu. Ich habe zwei Leben. Juhu. Okay. Sieben. Ich will dich verlieren. Das ist nicht nett. Du musst verlieren. Nein. Auch du musst mal verlieren. So. Das bin ich im nächsten Level hier. Das ist ein Geschworen-Drama. Auf geht's. Renn. Es war. Das wackelt wirklich. Ja, also. Sag ich doch. Was zur Hölle ist hier los? Ich weiß es nicht. Aber es ist weed. Und du musst mal diese komischen Sporen berühren. Oh Gott. Jetzt ist es im ganzen Spiel so, oder? Ne, ist auch nicht zum Glück. Sagt erst so aus. Ich hatte Angst. Wäre es ja nicht gut gewesen, die Aufnahme. Dann hätte ich den, äh... Nein. Friss mich nicht. Ich bin raus. Mein Kind ruft mich. Du musst unbedingt diese komischen Sporen nutzen. Die sind lustig. Nein. Game over. Game over? Nein. Nein. Dann haben wir Leben verloren. Ich dacht schon. Das wäre peinlich gewesen. Game over bei Texas Island. In der ersten Welt. Äh. Das ist ja wirklich, äh... Das wackelt. So sehr. Ja. Keine Ahnung. Weed halt. Smoke weed. Nein. Kind. Kind. Oh, Kind, Kind. Kind, Komm her. Fares Kind. Kriegskind. Lass den Kindern holen. O, hier ist sowas wie wie ein Rätsel. Ist gut. Halt ihn auf, Rätsel. Ich bin voller zuversichert, dass ich das der Rätsel schaffen werde, und ein Problem. Geschworen, okay. Es verengt die Sicht. Ha. Es verendet die Sicht so ein bisschen. Bisschen. Ja, das Bisschen. Das ist in Ordnung, kann ich mit Leben. Wie gefällt die Musik währenddessen? Dann ist der Effekt erträglicher, muss ich sagen. Ja, dann ist der Effekt erträglicher. Findest du. Dieser Wackeleffekt da. Ja. Total. Ja, ist so. Ja, klar. Level geschafft. Ist doch kurz. Ja. Warum bin ich gestorben? Komm, ich muss wohl einen gewinnen, ich will dich. Warte, ist das denn ein Ballon? Du bist schon bei dem Gegner? Fast. Nein. Ich will nicht verlieren. Musst du. Oh, da ist die Boss-Tür. Nein. Schneller, Yoshi. Du musst natürlich auch rufen, falliert mal. So, da ist der Boss gleich, da ist der Boss. Ja, man muss immerhin hier beachten, ich habe ein Spiel, ich spiele ja gerade ein Spiel, das ich mal mit dem noch nie gespielt habe, ist das im Grunde eigentlich unfair. Also wir spielen ja nicht unter gleichen Bedingungen, also er schummelt im Grunde, um es einfach zu sagen. Ja, ja, klar. Er schummelt. Das sind wir ja eigentlich jetzt schummelt einfach, okay? Ist aber okay, weil der Buffels muss ja, darf ja nicht nur verlieren, er muss auch mal gewinnen. Genau. Dann darfst du noch mal Spaß haben. Ja. Also, ist das hier? Ein über-dimensionaler Pudding. Was für ein Level bin ich jetzt schon wieder hier? Okay, das ist eigentlich ein großer Pudding. Er ist groß. Ne, 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 ne. Das ist nicht gut. Textbox ist es mir egal, was du zu sagen hast. Oh, das tut weh. Wow, welcher schwerer Boss. Er kann keinen Schaden machen. Ein Boss, der kann keinen Schaden machen. Das ist echt geil. Wow. Was? Ich wollte ja nicht. Mein Kind. Verdammt. Cool, besiegt. Ich habe ihn noch. Wow. Oh Gott. Drohungeneffekt. Buh. Buh. Hast du es gewonnen? Ja. Ich willkommen gerade einen großen Schlüssel. Das ist ja nicht machbar. Wie macht man das? Wie man was macht? Das Rätsel oder was? Nee, aber da war gerade so ein Sprung. Ich habe mich gefragt, wie man den machen soll. Okay. Okay, ich habe es geschafft. Also bist du fertig? Ja. Dann sehe ich nicht viel Grunde, warum ich weitermache und so. Bin wie auf dem Titelscreen. Ich will nicht weitermachen. Das ist doof. Ich komme nicht vorwärts. Dann muss ich runter. Okay. Okay, er hat nicht gewünscht, dass ich weitermache. Ich komme eh nicht bald zum Ende. Insofern, ähm... Ja. Eine sehr traurige Niederlage. Es ist halt unfair. Es ist unfair. Er hat geschummelt. Er hat ja ein Spiel gespielt, das er schon ewig kennt. Hat er früher durchgesuchtet. Und ich habe es nie gespielt. Ja. Ausreden hier. Das waren seine Worte, also das ist schon Geschummelei hier. Ah, das ist ausreden. Ach, die. Ach, die. Ach, die. Eier Waffels schriegt mit bösen Mitteln. Ähm, ich muss den Timer vielleicht mal stoppen. Ja, das Timer ist so legend. Ähm. Insofern. Ja. Ach, er weint es schon, Leute. Also, wir weinen alle. Ne, wir weinen nicht. Ich lache. Ich freue mich... Also, Leute, freut euch auf ein Lernspiel von Ruben. Alleine. Wir weinen alle. Wir weinen alle, Leute. Ist alle tut nicht. Alle sehr froh. Also, dann. Tschüss. Alle wieder, tschüss, Leute. Es ist ein trauriger Tag in der deutschen Geschichte. Und bis zum nächsten Mal. Nein, es ist nicht vorbei. Es ist tragisch. Es ist vorbei, es ist schön. Die Welt geht unter. Nein, es ist nur ein Lernspiel, Ruben. Du wirst einiges lernen. Ich werde es fein gehen. Na gut, darf ich... Darf ich dir auf einmal beenden? Nein, noch nicht. Ich werde es fein gehen, meine Eck. Da muss ich jetzt mal ausheulen, jetzt. Weil du verloren hast. Tschüss. Also, er ist einer der Personen, die gar nicht... Die solche Lern gar nicht abkönnen. Ich brauche echt Seelsorge. Also, Seelsorge brauche ich. Komm, wir gehen Seelsorge betreiben. Yay. Also, tschüss. 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 Vielen Dank.